Ihr könnt angreifen, der linie Weg ist frei, ich bin oben. Der Ball ist frei. Ja, jetzt ist er frei, kannst kommen. Ja, ich bin froh, da ist ein Snipe. Wo ist denn der? Außen. Der hat mich auch gekillt. Der ist down. Ich komme. Wir gehen durchs Haus. Ich gehe durchs Haus. Bist du oben? Ich komme. Einheitsland. Wir erobern eine Stellung. Das Decken halten. Nein, das ist weg. Ich bin aber auch gleich weg. Wir kommen, wir kommen. Wir erobern eine Stellung. Wir haben gerade innerhalb von einem Push einfach fast das Dreiviertel eingenommen. Ein Push. Markus, komm hier rüber. Oben rüber, ob wir sitzen sind. Aber sei vorsichtig. Oh fuck, nein. Schieß sofort. Ja, ich bin unten. Ah, der hat getroffen. Scheiße. Egal, wir müssen einfach nur meinen Weg nehmen. Ja, aber da sind wir noch da oben. Ja, was wüssten wir machen, wenn der da liegt. Ja, was wüssten wir machen, wenn der da liegt. Ja, der liegt. Oh fuck, Alter. Ja, der war der da. Und ich schmeißen ihn nachher. Ach, so. Oh, der auch nicht. Oh, Grenade. Oh, Mann, wir waren hier 12. Ja, der Bamboo, der übelst. Oh, 200 kills. Motherfucker, halt die Schnauze. Wo ist dieser Bamboo? 29,19. Boah, der liegt da, der kann man abschießen. Nein, man kann nicht. Doch, der kann man so abschießen. Der liegt da. Kannst du sowas von headshotten, Alter. Aber sowas von. Wir erobern eine Stellung. Jetzt rennt er weg, der liegt sein. Ah. Jetzt rennt er weg. Bin wir da oben rüber? Ich bin gerade im Haus. Komm, Markus. Wenn du da bist, ist es frei. Ich bin im Grund. Ah, fuck. Dann fährt's. Soldat. Wir kommen. Ich komme. Ich komme. Wir erobern eine Stellung. Ja, wollen wir erobern wieder? Nein, erobern nicht. Jetzt müssen wir decken, decken, decken. 20 Leute oder so. Pass auf. Schau nach rechts. Rechte, sauber. Sauber. Oh. Oh. Nahte zu A. Ja. Zu A. Alter, ist drin bei A. Vielleicht nennt er jetzt einfach A. Ja. So schön. Alter, ist sehr schwer gepanzert. Da kriegst du mich tot. Mal rollen. Mal stürmen. Ich geh rüber. Deck mich. Na dann. Ah. Das kriegt mich. Was hat mich jetzt geklärt? One Hunt wird killed. Boah, der hat echt 100 Zillschirn. Der Sack. Wir erobern eine Stellung. Ah fuck ey. Immer wenn ich's drinnen kommt, dann kommt einer. Nicht die Bühne halt einfach. Oh, jetzt muss ich natürlich ihn auch laden, Mamou. Oh, jetzt muss ich natürlich ihn auch laden, Mamou. Wir kriegen doch ein A eingenommen. Jetzt los, gib mal Gas. Ah, da ist noch einer. Boah. Boah. Scheiße. Los jetzt. Attacke. Mach mal drauf. Ja, da ist noch eine Dehnung. Camp hier hinten. Oh. 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 Wir kommen noch mal auf den Scheiß. Ah. Aber was können wir machen? Dann hätten wir einfach. Da ist von der Abgeschossen. Lautloser Jäger. Ich muss die Tasten kommen, jetzt will ich endlich umlegen. Die erobern eine Stellung. Die gehalt. Ist der Behinderter, der das programmiert hat. Ja, ist der. Oh. Du kommst nicht mehr zu A ran. Scheiß. Ja, weil die einfach so piezen. Die decken gut, ja. ist nicht das ding das ist nicht mehr viel wir erobern eine stellung ein stück Wir haben den komatoposten erholt. Da ist noch ein. Zweite zeitliche Stellung in Sicht. Erwarte Bestätigung. Wahrscheinlich jetzt von hinten weg. Können alle. Wir haben den komatoposten erholt. Ich weiß es ja. Das ist gut so. Sonst kann ja einer vorrennen. Aber wir dürfen nicht zusammenstehen. Verteilen, verteilen, verteilen. Koordinaten verifiziert. Erobert die zweite strategische Stellung. Wir erobern eine Stellung. Das könnte schnell gehen. Wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir können zwei strategische Stellungen erobern. Eine ist noch übrig. Letzte feindliche Stellung in Sicht. Wartet auf Bestätigung. Ja klar. Aber ich bin schon beim nächsten Punkt. Alter. Scheiße. Shit ey. Kann man sechs Minuten Zeit in den Punkt einzunehmen. Koordinaten bestätigt. Erobern die letzte strategische Stellung. Boah, was das für ne scheiß Base, alter. Kannst du nur ein WC oder was? Ja, aber die schießen dich schon von oben ab. Was ist ja los. Komm zu mir. Wir müssen zusammen. Wo bist du? Ich bin raus. Bleib da an dem Ding. Ich komme. Da war ich auch gerade. Da ist nämlich noch einer gewesen. Ich bin hinter dir. Au Clever. Gut. Fanate fliegt. Pass auf links. Kommt einer rein. Hab ihn. Na gut. Hoch. Ne hoch. Können wir gar nicht mehr weiter. Vorsicht Clever. Clever bei der Tür. Ja. Warte. Weg. Oh da kommt einer. Scheiße hat mir schon wieder. Ist alles weggemacht. Ne. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie wir hier jetzt gleich sind. Ähm. Normaltastenbelegung glaube ich mit ähm. Oh was ist das denn? Weiß ich da ist einer da drüben. Da war der nach. Ja. Oh fuck ja. Fuck ja. Er kommt nicht mal zu nem Punkt. Ja weil. Schau mal an. Es gibt vielleicht. Es gibt drei. Drei Flügel. Off. Ich weiß... So. Woowski. Es ist einfach. Woowski. Pfiff. Die haben einfach WunVorteile. Aber jetzt bin ich noch experiences gefunden. Oh Mann. Bro misconception. Am August менее. Kommt Action. Ja dann pas s met. Wir erobern eine Stellung. Ja aber wir erobern nicht. Doch jetzt. Es ist so. Ja du sagst ja. aber du wirst nicht lange bleiben soll ich habe drei küsse aber gemacht aber ich wurde dann überrannt von drei leuten also rechts ist gut allerdings kommst du ja ich komme auch die decken rechts nicht das ist üblich krass ja nein jetzt gerade zwei leute und dann kommt der neue schutzschild weg also die munition macht manchmal oder halbes schutzschild weg neuglömer wieder ja ja du hast hier 90 prozent gekriegt es wird nicht ganz gechillt einfach natürlich ich bin oben auch mann fickt euch doch ein schiff zum punkt also das schaffen wir nicht wir haben gut die stellung gehalten dafür hätte zwei stellungen haben nun kommen wir nicht verloren ein kriegst nicht weg da oben weil ich bin der gerade Karnate Hab ihn Achso, das machen wir noch Karnate Karnate Er ist offdown Ja, ich auch Bambo Bambo hat mich gekriegt Karnate Prutsch, prutsch Karnate 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 Wir erobern eine Stellung Kriegen wir sie? Anderes Doppelkill, kurz im Punkt gewesen Ich glaube Ja Ja Ach du Scheiße Ach du Scheiße So ist jetzt Punkt zu Punkt, aber da ist ne Clay Wir erobern eine Stellung Oh ja, wir haben hier zwei Leute geholt Nicht Ach du Scheiße Ne, ich schaffe ihn nicht Außer wir schaffen es jetzt innerhalb von 50 Sekunden alle in diesen Punkt zu kriegen und dass irgendwann keine stimmt Ja, die kommen grad wieder an Achso Wability Wir kommen nicht dran Wir kommen nicht an ich auch ja, dich bin erster, hast du verloren aber wir haben zerbüttelt nee, das haben wir doch entschieden, doch, wir haben unentschieden PUTO, ja, das bin ich EEEE ja, weil, wir haben doch gewonnen ja, weil wir zwei Punkte schneller erobert haben als die Ja stimmt, Alter. Genau. Ja, Leute. Hammergeil. Wir haben doch gewonnen, obwohl wir gedacht haben, wir haben verloren. Obwohl wir gewonnen haben. Und Footer als Erster. Und wir sind sogar die besten Spieler. Obwohl wir jetzt nicht so krass... Ja, wir sind sogar die besten Spieler. Du bist erst durch die Zweiter von den besten Spielern, ja. Ja, der Scheiß. Der Motherfucker hier raus ist, der Motherfucker. Der Motherfucker, der helländige Scheißarschgeige. Ja. Ich denke, das wär's. Der wär's. Ah ja, dann würde ich sagen... Wir sind uns jetzt nicht mehr zu einer weiteren Folge von Warface. Oder irgendwas anderes. Ich sage dann, bis dann und ciao. Ciao. So.